Jetzt ist Togolino-Zeit. Das bin ich. Bin in Startposition. Flugzeug bereit zum Abflug. Auf die Plätze, fertig und los. Wow. Uiuiui. Hey, gar nicht schlecht. Ah, Post. Hä? Wer schickt denn solche Post? Äh, aha. Hä? Wow. Cool. So, hier ist der Kuchen. Hm, lecker. Der sieht ja toll aus. Oh. Hm. Kein Problem. Ich mach uns schnell einen neuen. Backe, backe. Kuchen. Hihi. Und zum Nachtisch gibt's Eis. Zum. Wum. Ach, Mann. Ich glaube, mein Drachen ist kaputt. Warte, Carlito. Halt ihn mal hoch. Oh. 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 Danke, Togolino. Oh. 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 Was macht ihr denn hier? Halt. Einen Moment, bitte. Und jetzt könnt ihr. Alles klar, Manni. definite. Dann. helped. Do. host aby保olf�ся! Sack. Wirkt. Wirkt. Hier. Wirschva. Dafür bin ich mal hochmotivator. Ich bin estosmal救olo Stanço. 混 Sec这样. Haben wiridelbert? Wirklich? 길ipри. Dir. Hier, sind wir auf. Wirklich? 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 ARD Text im Auftrag des ZDF für funk, 2017 So, ja, das ist gut. Alles klar, Florina? Alles klar, ich bin bereit. Okay, und los. Jupp. Ja, schneller Togolino. Und hepp. Ja! Achtung, aus dem Weg! Na nun, wo ist denn die Vogelscheuche? Na ja. Oh, da ist sie ja. Sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ich komme! Du musst dich verstecken, Kalito. Wir machen es nochmal. Eins, zwei, drei, acht, neun, zehn. Ich komme! Hm. Das war schon viel besser. Aber du musst dich so verstecken, dass ich dich nicht gleich finde. Acht, neun, zehn. Ich komme! Hm. Diesmal hat er sich richtig versteckt. Wo ist er denn? Ha! Hab ich dich! Ups! Entschuldigung! Aber jetzt hab ich dich! Suchst du wen, Togolino? Na, Kalito! Wir spielen nämlich Verstecken. Ach so. Also hier ist er nicht. Aha! Ach, nö! Wo bist du denn? Juhu! Kalito! Juhu! 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 Wo ist er denn nur? Hm. Aha! Ja, wo ist denn der Kalito? Ja, wo könnte er denn bloß sein? Hi! Na? Gefunden! Bei den Keksen. War ja klar. Hier. Ham! Dummli dumm. Oh, eine kleine Raupe. Du sollst nicht nass werden. Bitte sehr. Mhm. Ah, die Sonne scheint. Super zum draußen spielen. Es regnet ja. Hm. Hat's schon wieder aufgehört? Ah, der Herr Schmetterling. Der Weg ist frei. Bitte schön. Das ist ja ein seltsamer Regen. Muss doch mal sehen, wo der herkommt. Florina, du machst hier den Regen. Wieso Regen? Äh. Huch, Entschuldigung, Togolino. Hey! Tut mir leid, Monty. Schon gut. Und hepp. Ja! Huch. Hier, bitte sich. Oh, danke. Lustig, so ein Regentag. Und hepp. Ja! Jetzt ist Togolino-Zeit. Das bin ich. Ja, 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 gleich bist du da. Hurra! Hä? Nein, doch nicht da lang. Ja, ja, gewonnen! Kalt, warm, wärmer, wärmer, noch wärmer, heiß. Hä? Wieder kälter? Hä? Hey, hier geblieben! Schnapp ihn dir, Toccolino! Hab dich! Liebes Publikum, werden Sie Zeuge, wie ich diesen Papierflieger in eine Blume verwandle. In den Zauberhut damit und Hokus Pokus! Tada! Auch diese Blume wird gleich etwas ganz anderes werden. Und nun staunen Sie, es ist ein Apf... Angebissener Apfel. Äh, nochmal. Hokus Pokus! Hm. Hokus Pokus! Super! Ja! Bravo! Danke sehr! Ja! Hey! Es ist viel zu windig für unser Kartenhaus. Warte mal, ich hab da was. Monty, das ist ja Superkleber! So, fertig! Hui, der klebt aber richtig gut. Und weißt du, was wir jetzt machen? Wir reiten aus. Los, komm Monty! Hüpp! Juhu! Ja, haha! Und los! Ja, ha! So. Ja, das ist gut. Alles klar, Florina? Mhm, alles klar. Ich bin bereit. Okay, und los! Jupp! Ja, schneller, Togolino! Und hepp! Ja! Ja! Oh! 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 Achtung! Aus dem Weg! Oh! 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 Hey! Juhu! Juhu! Hm? Sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ich komme. Du musst dich verstecken, Kalito. Wir machen es nochmal. Eins, zwei, drei, acht, neun, zehn. Ich komme. Das war schon viel besser. Aber du musst dich so verstecken, dass ich dich nicht gleich finde. Acht, neun, zehn. Ich komme. Diesmal hat er sich richtig versteckt. Wo ist er denn? Ha, habe ich dich. Ups, Entschuldigung. Aber jetzt habe ich dich. Suchst du wen zu, Golino? Na, Kalito. Wir spielen nämlich Verstecken. Ach so. Also hier ist er nicht. Aha. Ach, nö. Wo bist du denn? Ha, da bist du. Gleich habe ich dich. Na, Nanu? Äh, gerade war er doch noch da. Was raschelt denn da? Hier steckst du. Nicht. Ich habe ihn gefunden. Muppidu, Monty. Gut gemacht. Los, wirf, Florina. Okay. Ja. Der war weit. Was ist das denn? Komm mal, Florina. Was hast du denn da? Aha. Das ist ja eine Schatzkarte. Hm, tja. Hey, das ist doch unser Bauernhof. Hier ist der Sandkasten. Da ist das Baumhaus. Hm, das ist das Haus. Dann ist der Schatz also. Hm, im Blumenbeet. Haha. Los, lass uns nachsehen. Mhm. Und, hast du schon was gefunden? Nein, hier ist kein Schatz. Schade. Aber warte mal. Ja? Ich habe eine Dose gefunden. Eine Dose? Ja, und da steckt noch was drin. Ein neuer Hinweis. Hm. Was steht denn drauf? Das ist der Mond. Und ein Kreuz. Dann können wir erst suchen, wenn es dunkel ist. Ja, noch scheint ja die Sonne. Hä? Aufwachen, Florina. Es geht los. Aber wo soll denn hier ein Kreuz sein? Hm. Ich bin in Startposition. Flugzeug bereit zum Abflug. Auf die Plätze. Fertig. Und los. Oh. Wow. Ui, ui, ui. Hey, gar nicht schlecht. Ah, Post. Äh. Äh. Wer schickt denn solche Post? Äh. Äh. Hä? Huhu. Wow. Cool. So. Hier ist der Kuchen. Hm. Lecker. Der sieht ja toll aus. Oh. Hm. Oh. Kein Problem. Ich mache uns schnell ein Neun. Backe, backe. Kuchen. Und zum Nachtisch gibt's Eis. Zum. Bumm. Mh. Ach. Och, Manu. Ich glaube, mein Drachen ist kaputt. Warte, Carlito. Halt ihn mal hoch. Okay. Hopp. Oh. Hehe. Hohoho. Danke, Togolino. Hehe. Bitte. Stopp. Oh. 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 Hoppala. Was macht ihr denn hier? Halt. Einen Moment bitte. Hm. Und jetzt könnt ihr... Alles klar machen Sie! ARD Text im Auftrag von Funk Ja, das ist gut. Alles klar, Florina? Ja, alles klar. Ich bin bereit. Okay, und los! Jupp! Ja, schneller, Togolino! Und hepp! Ja! Oh! 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 Achtung! Aus dem Weg! Oh! Nanu, wo ist denn die Vogelscheuche? Hm. Na ja. Oh! 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 Da ist sie ja! Sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ich komme! Du musst dich verstecken, Kalito. Wir machen es nochmal. Eins, zwei, drei, acht, neun, zehn. Ich komme! Hm. Hm. Das war schon viel besser. Aber du musst dich so verstecken, dass ich dich nicht gleich finde. Acht, neun, zehn. Ich komme! Hm. Diesmal hat er sich richtig versteckt. Wo ist er denn? Ha! Ha! Hab ich dich! Ups! Tschuldigung! Aber jetzt hab ich dich! Suchst du wen, Togolino? Na, Kalito. Wir spielen nämlich verstecken. Ach so. Also, hier ist er nicht. Aha! Ah! Ach, nö! Wo bist du denn? Juhu! Kalito! Hm. Wo ist er denn nur? Hm. Aha! Ja, wo ist denn der Kalito? Ja, wo könnte er denn bloß sein? Na? Ja. Gefunden. Bei den Keksen. War ja klar. Dummli dumm. Oh, eine kleine Raupe. Du sollst nicht nass werden. Bitte sehr. Mhm. Ah, die Sonne scheint. Super zum draußen spielen. Es regnet ja. Hm. Hä? Hat's schon wieder aufgehört? Ah, der Herr Schmetterling. Der Weg ist frei. Bitte schön. Hä? Das ist ja ein seltsamer Regen. Muss doch mal sehen. Uh! Wo der herkommt. Florina, du machst hier den Regen. Wieso Regen? Huch. Huch. Entschuldigung, Togolino. Pff. Hey. Tut mir leid, Monty. Schon gut. Und hepp. Ja. Huch. Hier, bitte. Oh, danke. Lustig, so ein Rinter. Und hepp. Ja. Jetzt ist Togolino-Zeit. Das bin ich. Hey. Das. Und fertig ist die Gemüse, Florina. So, ganz vorsichtig. Erst einer, dann zwei. Der ist schön. Dann nehmen wir noch den. Hier ist noch ein schöner. So. Jetzt haben wir genug Äpfel. Hey. Kalito. Du hast ja den ganzen Korb leer gefuttert. Wieder voll. Genau. Muppidu. Drei Äpfel und dann diesen hier zieht Kalito. Ja, so könnte es klappen. Okay. Los geht's. Oh, lecker. Äpfel. Hop. 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 Ähm. Los. Und jetzt dran ziehen. Ja. Muppidu. Es hat funktioniert. Hihi. Ham. Ein richtig guter Blumengießautomat. Sieh mal. Sieh mal, die Wolke sieht aus wie ein Bär. Ja, stimmt. Und guck mal, da fliegt ein Wolkenball. Oh. Dann kann der Bär ja mit dem Ball spielen. Hihi. Das gibt's doch nicht. Oh, hast du das gesehen? Das ist ja toll. Oh. Oh, das ist ja ein richtiger Ball. Hallo Leute. Super Schuss, oder? Spielt ihr mit? Ja, na klar. Heute werde ich einen riesigen Fisch angeln. Oh, ich hab was. Hey. Eine Taucherflosse. Nicht schlecht. Wow. Ups. Ui. Hier ist noch einer. Oh. Helft mich, ich hab was ganz Schwere. Okay. Hu hu. Tada. Muppidu. Ein riesengroßer Mauntifisch. Dummli dumm. Oh, eine kleine Raupe. Du sollst nicht nass werden. Bitte sehr. Mhm. Ah, die Sonne scheint. Super zum draußen spielen. Es regnet ja. Mhh. 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 Hat's schon wieder aufgehört? Ah, der Herr Schmetterling. Der Weg ist frei. Bitte schön. Mhh. Das ist ja ein seltsamer Regen. Muss doch mal sehen. Uh. Wo der herkommt. Ja. Ach Florina, du lässt es hier regnen. Mhhh. Oh. Hä? Wow. Was habt ihr denn? Guck doch mal Florina. Da. Oh, wie schön. Ein Regenbogen. Mh. Hm. Mh. 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 Der war weit. Was ist das denn? Komm mal, Florina. Was hast du denn da? Das ist ja eine Schatzkarte. Hey, das ist doch unser Bauernhof. Hier ist der Sandkasten. Da ist das Baumhaus. Hm, das ist das Haus. Dann ist der Schatz also. Hm, im Blumenbeet. Aha, los, lass uns nachsehen. Und, hast du schon was gefunden? Nein, hier ist kein Schatz. Schade. Aber warte mal. Ja? Ich habe eine Dose gefunden. Eine Dose? Ja, und da steckt noch was drin. Ein neuer Hinweis. Hm, was steht denn drauf? Ah, das ist die Wasserpumpe. Komm, Florina, schnell. Hey, warte. Da, da ist ein Spaten angelehnt. Und hier ist frische Erde. Den Schatz haben wir ganz schnell ausgegraben. Dummdi-dum-di-dum. Guck doch mal. Da ist doch was. Hä? Was ist denn das? Hast du was? Ja, eine Piratenfahne. Hä? Hallo, Piraten. Jetzt ist Togolino-Zeit. Das bin ich. Hoho. Hoho. Jippie. Hm, hm, hm. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Hier. Ja. Hoho. Hepp, hepp, hepp. Hopp, hopp, hopp. Oh. Oh. Eui, eui. Ah. Hm, lecker. Haha. Na bitte, ist doch kein Problem. So ist es viel leichter. Hm, hm. Muppi-dum. Ja, los geht's. Oh, eui, eui. Togolino. Uh, uh. Pass auf. Warte, ich helf dir. Puh. Ta-da. Bravo, Togolino. Bravo. Togolino hat den Ball. Gibt ihn ab. Der Ball kommt zurück. Und er übernimmt wieder. Und Schuss. Der Ball ist immer noch im Spiel. Togolino bereitet den nächsten Schuss vor. Und eins, zwei, los. Ja, direkt in. Ah, ins Gewächshaus. Oh, 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 oh. Ab ihn. Ja, er hat den Ball gehalten. Ein Wahnsinnsspiel. Willkommen zur Bauernhof-Olympiade. Alle bereit? Ja. Los geht's mit Gewicht heben. Der Punkt geht an Togolino. Jetzt kommt der Apfel auf. Oh, oh, dumm, 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 dumm. Ha, er ist da. Moment mal, feststecken gilt aber nicht. Deshalb hat Florina gewonnen. Bravo. Weiter geht's. Wer rutscht am weitesten? Hui. Dumm. Platz da, ich komme. Yippie. Ui, der Punkt geht an Kalito. Alle haben einen Punkt. Wir brauchen noch eine Aufgabe. Macht euch bereit zum Weitwurf. Kalito fängt an. Oh, ja. Nicht schlecht. Jetzt bin ich dran. Nja. Hey, seht mal. Genau so weit. So, und jetzt ich. Ui. Ui. Hm, alle drei gleich weit. Glückwunsch am 3 Sieger. Und zack. Pui. Ups. Äh? Wo ist denn die Leiter? Wie soll ich denn da hochkommen? Ich schaff das schon. Zu hoch. Und Anlauf. So, jetzt aber. Ja. Ha, Volltreffer, ja. Gleich habe ich ihn. Oh, nicht. Ha, hiermit klappt es bestimmt. Hahaha. Ja. Oh. Wie soll ich denn jetzt runterkommen? Florina, hier oben. Hey, Tocolino, was machst du denn da? Ich hänge hier fest. Kannst du mich abholen? Na klar. Und hopp. Hopp. Oh. Genial. Danke, Florina. Warte, wir müssen noch mal zurück. Okay. Hopp. Hopp. Haha. Ja. Und hoch. Und weit. Und hopp. Oh, neue Gummistiefel. Mit denen kann ich sogar auf den Händen laufen. Hahaha. Und los. Und los. Oh. Oh, oh. Huh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. He, he. He, he. He, he. Das ist meine Lieblingsfarbe. Blau? Ich hab die Latte doch rot angemalt. So, jetzt aber. Was? Hier stimmt doch was nicht. Na, warte. Monty, waren das etwa immer neue blaue Leitern, die ich angemalt habe? Ich brauchte nämlich ganz viele rote Leitern. Überraschung. Ein Klettergerüst. Ganz in meiner Lieblingsfarbe. Aha, Wuppidu! Oh! Ja! Gut! Gut! Ja, 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 ja! Gleich bist du da! Hurra! Nein, doch nicht da lang. Ja, ja! Gewonnen! Kalt, warm, wärmer, wärmer, noch wärmer, heiß! Hä? Hä? Wieder kälter? Hä? Hey, hier geblieben! Schnapp ihn dir, Toccolino! Hab dich! Liebes Publikum, werden Sie Zeuge, wie ich diesen Papierflieger in eine Blume verwandle. In den Zauberhut damit und Hokus Pokus! Tada! Auch diese Blume wird gleich etwas ganz anderes werden. Und nun staunen Sie, es ist ein Apf... ...angebissener Apfel. Äh, nochmal. Hokus Pokus! Hä? Hokus Pokus! Super! Hä? Ja! Bravo! Bravissimo! Danke sehr! Ja! Hey! Hm, es ist viel zu windig für unser Kartenhaus. Warte mal, ich hab da was! Monty, das ist ja Superkleber! So, fertig! Hui, der klebt aber richtig gut! Ah! Und weißt du, was wir jetzt machen? Wir reiten aus! Los, komm Monty! Hepp! Juhu! Ja! Haha! Und los! So! Ja! Das ist gut! Hm... Alles klar, Florina? Mhm! Alles klar! Ich bin bereit! Okay! Und los! Jupp! Ja! Schneller, Togolino! Und hepp! Ja! Oh! 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 Achtung! Aus dem Weg! Oh! 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 Sechs, sieben, acht, neun, zehn! Ich komme! Du musst dich verstecken, Kalito. Wir machen es nochmal. Eins, zwei, drei, acht, neun, zehn. Ich komme! Das war schon viel besser. Aber du musst dich so verstecken, dass ich dich nicht gleich finde. Acht, neun, zehn. Ich komme! Diesmal hat er sich richtig versteckt. Wo ist er denn? Ha, habe ich dich. Ups, Entschuldigung. Aber jetzt habe ich dich. Suchst du wen, Zogolino? Na, Kalito. Wir spielen nämlich Verstecken. Ach so, also hier ist er nicht. Aha. Ach, nö. Wo bist du denn? Ha, da bist du. Gleich habe ich dich. Hä? Nanu? Äh? Gerade war er doch noch da. Was raschelt denn da? Hier steckst du. Nicht. Ich habe ihn gefunden. Mupi du, Monty. Gut gemacht. Los, wirf, Florina. Okay. Ja. Der war weit. Was ist das denn? Komm mal, Florina. Was hast du denn da? Aha. Das ist ja eine Schatzkarte. Hm. Tja. Hey, das ist doch unser Bauernhof. Hier ist der Sandkasten. Da ist das Baumhaus. Hm, das ist das Haus. Dann ist der Schatz also. Hm. Im Blumenbeet. Haha. Los, lass uns nachsehen. Mhm. Und? Hast du schon was gefunden? Nein, hier ist kein Schatz. Schade. Aber warte mal. Ja? Ich habe eine Dose gefunden. Eine Dose? Ja, und da steckt noch was drin. Ein neuer Hinweis. Hm. Was steht denn drauf? Das ist der Mond. Und ein Kreuz. Dann können wir erst suchen, wenn es dunkel ist. Ja, noch scheint ja die Sonne. Hm. Aufwachen, Florina. Es geht los. Aber wo soll denn hier ein Kreuz sein? Hm. Hey, Moment mal. Das ist doch ein Kreuz. Hier müssen wir graben. Und? Oh, Taschenlampen. Cool, gib mal eine her. Uh. Ich bin ein Gespüns. Ich bin einacements 18. Oh, buckets叩~~. Ich da rein. Oh, dasрок seht so. Ja, Und. Oh, das ist doch. thr Und. Wie, Unternehmen.